Wir sind die Goldschmiede Jubiläur Frede. Wir sind seit dem 1. April 2004 in Kerpen-Türnig am Markt ansässig in den Marktakaden. Meine Eltern sind seit 1981 bereits selbstständig im Goldschmiede-Handwerk und im Juwelenfasser-Handwerk. Mein Name ist Monika Frede und ich unterstütze meine Eltern in unserem traditionellen Familienbetrieb auch schon bereits seit 2004. Wir stechen Ohrlöcher ab Babyalter, also können Sie uns gerne besuchen, wenn Sie Ohrlöcher haben wollen im Alter von 0 bis 100 Jahre. Zudem machen wir auch Knorpel-Piercings und Nasen-Piercings. Wenn Sie andere Wünsche haben, können Sie uns gerne ansprechen. Wir machen das auch auf beiden Seiten gleichzeitig, sodass es auch nur einmal ein kleiner Pieks ist. Wir haben das Stadex-System, was sehr bekannt ist. Das heißt auch Stechen ohne Schmerz. Es ist hygienisch, schnell und sehr einfach. Wir führen ein großes Trauingsortiment der Firma August Gerstner. Wir haben eine sehr große Auswahl. Wir können unsere Mustermodelle in x-facher Ausführungen abändern. Wir können auch so alle Legierungen anbieten. Das heißt Silber, Palladium, Platin und natürlich auch alle Goldlegierungen in Gelbgold, Roségold, Mittelgold und Weißgold natürlich. Auf Wünsch können wir auch sehr gerne individuelle Ringe anfertigen in unserer hauseigenen Werkstatt und da bleiben keine Wünsche offen. Zu unseren Serviceleistungen gehört auch die kreative Schmuckgestaltung. Dazu gehört zum Beispiel das einfache Auffädeln von Perlenketten oder Steinketten. Wahlweise auf normaler Perlenschnur oder aber auch auf Stahlseil. Ja, dazu können wir auch zum Beispiel geerbten Schmuck neu gestalten, ein bisschen aufpetten mit schönen Ersatzteilen. Auch da führen wir eine große Auswahl, sodass vielleicht eine etwas altbacken Kette, ja einen neuen Schwung bekommt. Wir führen Uhren für Erwachsene und Kinder der Marken Citizen, Casio, Regent und Oso. Die Kinderuhren sind von der Marke Jacques Ferrell. Zudem führen wir auch Wecker, Lindenwecker, sprechende Armbanduhren und Schwesteruhren. Alle Anfertigungen, Umarbeitungen und Aufarbeitungen von Schmuck werden selbstverständlich in unserer hauseigenen Werkstatt durchgeführt. Wir führen auch eine schöne Auswahl an Mutter-Kind-Schmuck von der Firma Lolino, T-Penso und Becker & Bell. Dabei ist es auch möglich, zum Beispiel ein Babyfoto auf eine Platte zu lasern, das erste Babyfüßchen oder ein Handabdruck, ganz speziell mit dem Namen. Und zudem führen wir kleine süße Schnuller aus Silber. Goldschmiede Juwelier Frede steht vor modern, klassisch und trendy in Kerpentürnig am Markt. Goldschmiede Juwelier Goldschmiede Juwelier Goldschmiede Juwelier